Wartburg 1000 mit neuem Chassis. Wir bieten Ihnen hohen Fahrkomfort, auch auf schlechten Straßen. Durch Schraubenfedern und doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer in Verbindung mit Einzelradaufhängung. Wartburg 1000, gute Straßenlage und kurvensicher. Durch hintere Schrägpendelhalbachsen in Verbindung mit Querstabilisator. Wartburg 1000, kleiner Wendekreis von 10,2 Meter, äußerst beweglich und wendig. Wartburg 1000, auch bei großen Steigungen ohne Kühlwassersorgen, durch geschlossenes frostsicheres Kühlsystem und Zwangsluftführung. Ihr Wartburg 1000 ist wartungsfrei auf 50.000 Kilometer. Edle Pferde, edle Wagen. Wartburg 1000 mit 45 PS Motor, leistungsfähig und schnell. Limousin Deluxe mit Radio, Heizung und Scheibenwaschanlage. Viertürig mit Stahlschiebedach. Verstellbare Rückenlehne. Wartburg 1000, der Wagen für Sie. So, das war das eine. Und was Ihr Auto betrifft, sei ja jedes zu deiner Zeit, aber als Menschen von heute brauchen wir ein Auto von heute. Einen Wartburg. Der ist taumschön, leistungshaft und gibt Ihren das Gefühl absoluter Sicherheit. Zu Ihnen gehören eine Kühlhose in allen Kontinenten bewährte 3-Kylinder-3-Tastmotor mit rasanter Beschleunigung. Ein synchronisiertes Getriebe mit kraftsparendem Frontantrieb. Die elegante Dampfstahl-Torroserie mit dem bedeutenden Vorteil von 4 Kilo. Modern und zuverlässig in die Licht- und Signalanlagen. Rot und zweckmäßig ist der Kofferrock. Ohne Schlüssel. Von innen ersorgt die Sicherung des Däckhinter. Viele Anmänglichkeiten bietet Ihnen der Wartburg. Alles bedacht zu Ihrer Freude. Freude bringt Ihnen der Wartburg auch in den Bergen. Bei voller Belastung beträgt seine Leistung im vierten Gang 7%. Im dritten Gang 11%. Im dritten Gang 11%. Im zweiten Gang 18%. Und im dritten Gang 32%. Hohe internationale Anerkennungen erhielt der Wartburg. Der Motor auch als schönster Wagen seiner Klasse. Der Motor auch als schönster Wagen seiner Klasse ausgezeichnet. Ihre Ansprüche an ein Auto von heute erfüllt der Wartburg. Wartburg fahren heißt wirtschaftlich fahren, sicher sein, komfortabel reisen. Wen lauert er auf? Am Fuße der historischen Wartburg. Den neuen Wartburg 1000 vollendet in Form und Konstruktion. Hohe Wirtschaftlichkeit, großer Fahrkomfort und außerordentliche Bequemlichkeit. Ein Volltreffer. Der neue Wartburg 1000, eines der modernsten Automobile. Aus der Wartburgstadt Eisenach mit 70-jähriger Tradition im Fahrzeugbau. Da ist er. 125 Kilometer. Ausgezeichnete Straßenlage. Der neue Wartburg 1000. Ein echter Fünfsitzer. Kofferraum für 57 Fußpillen. Modernste Karosserieform. Der neue Wartburg 1000 aus der Wartburgstadt Eisenach. Seine Attribute, ausgewogene Fahreigenschaften und Leistungsstärke, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Er ist sicher, zuverlässig und wartungsfreundlich. Vor wenigen Wochen lief der millionste Wartburg im Automobilwerk Eisenach vom Band. Wir stellen vor, den Wartburg 353 W Deluxe Modell 1981. Ab 1. Juli 1981 präsentiert sich der beliebte Eisenacher Pkw mit einigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Serienmäßig und auch auf Kunden Sonderwunsch angeboten. Sie dehnen der Erhöhung der Sicherheit, des Fahrkomforts und seiner Gebrauchswerteigenschaften. Spannende Musik Zu den Neuheiten gehört das Ausstattungspaket 1981 in Verbindung mit zusätzlichen Sonderwünschen, sowie das Elektropaket mit sieben weiterentwickelten Details der Fahrzeugelektrik und Zubehörindustrie. Neu die Bleistarterbatterie 12 Volt 38 Amperestunden in einem Polypropylengehäuse. Sie ist trocken vorgeladen, d.h. die bei der Herstellung der Elektroden zugeführte elektrische Ladung wird konserviert. Die Batterie ist sofort nach dem Föllen einsatzbereit. Durch deutlichere Säurestandmarkierungen kann jetzt die Höhe des Säurespiegels besser kontrolliert werden. Durch den Einsatz einer antimon-armen Gleike der Legierung erhöht sich die Grenznutzungsdauer von 48 auf 54 Monate. Die Batteriemasse wird um 0,25 kg gesenkt. Bei der weiterentwickelten Drehstromlichtmaschine konnten die Funktionssicherheit wesentlich erhöht und die Spannungstoleranz durch einen neuen elektronischen Regler eingeengt werden. Das wirkt sich günstig auch auf die Starterbatterie aus, deren Lebensdauer sich dadurch um etwa ein Drittel erhöht. Außerdem begünstigt das die Funkentstörung. Diese wassergeschützten Zündkerzenstecker sichert ein zusätzliches Dichtelement aus Chloroprene-Kautschuk gegen Staub und Feuchtigkeit auch bei extremen Witterungsbedingungen. Zuverlässig und verschleißarm der neue elektronische Blinkgeber, der gegenüber dem herkömmlichen Hitzedrahtinstrument bei Fahrtrichtungs- und Warnblinken eine stabile Frequenz gewährleistet. Die Funktionsfähigkeit der Glühlampen überwacht eine integrierte Kontrolllampenschaltung. Ausfälle werden durch Verdoppelung der Blinkerfrequenz signalisiert. Vom Kombinat Fahrzeug-Elektrik-Ruler wurde der Umlauf-Scheibenwischermotor weiterentwickelt. Durch sein höheres Drehmoment konnte der Anpressdruck der Scheibenwischerfahnen verstärkt und das Wischerbild verbessert werden. Ohne Zweifel, man hört sie. Entsprechend der ECE-Regelung 28 sind bei Kraftfahrzeug-Signalanlagen Schalldruckpegelwerte von mindestens 93 Dezibel zu erfüllen. Das Horn am Wartburg-Standard und die Fanfare an diesem Deluxe-Modell überbieten sogar diese geforderten Werte. Horn- bzw. Fanfare sind jetzt vornlinks an der Kühler-Jalousie befestigt. Formschön die neuen schwarzen Plastführgriffe aus Glasfaser-verstärktem Polyamid, die jede Korrosion ausschließen. Blickfang im Fahrgastraum, die neuen Vordersitze. Vorzüge, verbesserte Polster im Bereich der Sitzlehnen-Oberkante, verstärkter Sitzboden sowie ein neu entwickelter Lehnenrahmen mit Flachfedern und integrierter Kopfstützenhalterung. Zum Kundensonderwunschprogramm gehören diese in der Höhe verstellbaren Kopfstützen aus einem Stahlstützkörper und einer Syspur-Integralschaumummantelung mit Ledernarbung. Die Fahrzeuge sind mit Aufrollautomatik-Sicherheitsgurten ausgerüstet. Sportlich attraktiv und leicht handhabbar, das neue Pur-Integralschaumlenkrad mit seinem auf 380 mm verringertem Durchmesser. Das aus Stahlring-Grundkörper und Blechspeicher bestehende Lenkrad ist aufgrund seiner ledernarbigen Oberfläche weicher und griffiger. Die mit einer Strukturschaumschicht bis 40 mm dicke abgepolsterte Speiche verheißt ein zusätzliches Sicherheitsmoment. Solche Fahrbahnunebenheiten schluckt der 353W Deluxe dank seiner neuen Stoßdämpfer mühelos. Infolge des konstruktiv veränderten Bodenventils und einer Optimierung der Dämpfkraftkennlinie wurden wesentliche Qualitätsverbesserungen der Stoßdämpfer erreicht. Deren Lebensdauer sich von bisher ca. 60.000 auf ca. 120.000 km erhöht. Ins rechte Licht gerückt, auch die Rechteckscheinwerfer mit neu gestalteter Kontur der Streuscheibe und ihrer spritzwasserdichten Verklebung mit dem Reflektor. Komplettiert wird das 81er Wartburg-Modell auf Sonderwunsch mit dem Autosuper A200 aus dem VEB Elektrotechnik Eisenach. Seine Visitenkarte, fünf Wellenbereiche, elektronischer Sendersuchlauf und wandernder Lichtpunkt. Von der hervorragenden Empfangsqualität des A200 können Sie sich selbst überzeugen. All diese Detailverbesserungen ergänzen die bereits bewährten Wartburg-Ausstattungsvarianten, die sich durchweg guten Kundenzuspruchs im In- und Ausland erfreuen. Die Halogen-Nebelscheinwerfer im Bug-Spoiler aus der Rola-Quartettserie. Die nach rückwärts zusätzlich absichernde Nebelschlussleuchte. Die heizbare Heckscheibe. Das Schiebedach mit Windabweiser für Schönwetterfahrten. Die Kofferraumverkleidung mit Reserveradummantelung. Die Kofferraumverkleidung mit Reserverad Abschlusseintragung ins Fahrtenbuch dieses flammenroten Bad Burg 353 W Deluxe. Gute Reise mit dem Modell 81, das sich durch zweckmäßiges Ausstattungsniveau und ein erstklassiges Komfortangebot auszeichnet. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Unionenfach an ihm geschätzt, seine ausgewogenen Fahreigenschaften, seine Leistungsstärke und Wartungsfreundlichkeit. Durch Entfall des bei der älteren Ausführung ständig mitlaufenden Lüfters wurden die Geräusche im Fahrgastraum merklich gesenkt. Ergänzt wird die Innenausstattung im Fahrgastraum im Rahmen des Sonderwunschprogramms durch Statik-Sicherheitsgurte für hinten mitfahrende Passagiere. Schließlich, wenn Scheibenkleister allzu sehr den sicheren Ausguck nach vorn vereitelt, neue Wischerarme schaffen ein rundum klares Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020